Adventskalender 14. Dezember Heinrich Hoffmann, König Nussknacker König Nussknacker, so heiß ich, harte Nüsse, die zerbeiß ich, süße Kerne schluck ich fleißig, doch die Schalen, ei, die schmeiß ich lieber anderen hin, weil ich König bin. Aber seid nicht bang, zwar mein Bart ist lang und mein Kopf ist dick und gar wild mein Blick, doch was tut denn das, tu keinem Menschen was, bin im Herzensgrund, trotz dem großen Mund, ganz ein guter Jung, lieb Veränderung, amüsier mich gern, wie die großen Herren. Untertitelung des ZDF, 2020